Carsten Schneider ist erster parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion und der nächste Redner. Ich habe den Medien entnommen, dass die Besuchergruppe von Ihnen aus Ihrem Wahlkreis im Konzentrationslager Sachsenhausen war, dass Sie dort antisemitische Äußerungen getätigt haben, dass Sie die Ereignisse relativiert haben, die immer stattgefunden haben. Ich finde, hier im Deutschen Bundestag wäre heute der geeignete Ort gewesen, dass Sie sich davon distanzieren, Frau Heide. Wir haben diese Chance verpasst, genauso wie Herr Gauland heute die Chance verpasst hat, sich von den Ereignissen in Chemnitz, die Aufruhr waren, die die Unsicherheit auf die Straße getrieben haben, die aus einer Demonstration, die Ihr Landesvorsitzender aus Thüringen, Höcke, mit organisiert hat und angeführt hat, folgend mit dem Pegida-Chef Bachmann und anderen Stadtbekannten, Hooligans, in der Erfolge Sozialdemokraten und Sozialdemokraten aus Marburg durch die Stadt getrieben wurden und die in die Fahnen abgenommen wurden und die geschlagen wurden. Davon hätten Sie sich distanzieren können, Herr Gauland. Nichts ist Ihnen gelungen. Nichts. Sie waren nicht dabei, richtig. Aber Sie scheinen ein klares Urteil zu haben. Klares Urteil. Meine Damen und Herren, was in Chemnitz passiert ist, was in Köthen passiert ist, jeder Tod eines Unschuldigen ist ein Tod, der uns schmerzt. Ja. Aber was danach an Demonstrationen stattfindet, die das normale Demonstrationsrecht überschreiten, wo Neonazis aufrufen und Hooligans die Städte unsicher machen, wo zu Gewalt aufgerufen wird, wo ich zitiere, in Chemnitz von Hooligans zitiert wird, gerufen wird, wir sind Krieger, wir sind Fans Adolf-Hitler-Hooligans. Wo dies passiert und die normalen Menschen daneben stehen und applaudieren, meine Damen und Herren, da ist etwas ins Rutschen gekommen, wir Demokraten sind angehalten, das zu stoppen. Das erinnert mich sehr stark an die Zeit 1990, 1991, 1992, Rostock-Lichtenhagen. Und ich lasse keine Zwischenfrage zu. Ich kann nur dazu auffordern, dass wir an dieser Stelle exakt sein, dass wir klar begrenzen, dass wir denjenigen sagen, die auch Sorge haben, die sich nicht sicher fühlen, dass wir diese Sicherheit ihnen gewährleisten wollen, dass wir diese Sorge auch ernst nehmen, das ist ja gar keine Frage. Aber dass wer mit Neonazis marschiert, danach nichts sagen kann, der hat mit denen nichts zu tun, sondern er macht sich auch mit ihrer Sache gemein und das ist die wirkliche Gefahr. Und bei der inneren Sicherheit, der öffentlichen Sicherheit, meine Damen und Herren, hätte ich mir gewünscht, Herr Kauder ist gerade nicht da, wenn, bevor wir zu Urteilen kommen, Sie haben das eben selbst bezogen auf die Innenausschusssitzung und die Äußerung von Herrn Maaßen gesagt, bevor wir dazu kommen, hätte ich auch erwartet, dass es eine Unvoreingenommenheit gibt. Und diese Unvoreingenommenheit betrifft auch ein Kollege Ihrer Fraktion, den Chef des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Herr Schuster, den ich heute Morgen im Fernsehen erlebe, der sagt, wir können zur Tagesordnung übergehen. Meine Damen und Herren, ich sehe das nicht so und die SPD-Fraktion auch nicht. Wir brauchen Vertrauen in den Rechtsstaat, wir brauchen Vertrauen in die Sicherheitsbehörden. Und ich war zehn Jahre lang Vorsitzender des Vertrauensgremiums zur Kontrolle der Geheimdienste. Weißt du, wovon ich spreche? Und dieses Vertrauen ist nicht nur angekratzt, denn was wir erleben mussten, war ja, dass eine Äußerung der Bundeskanzlerin persönlich von dem ihr eigentlich unterstehenden Geheimdienstchef, des Inlandsgeheimdienstes, relativiert, nein, nicht nur relativiert, sondern konträr dargestellt wurde. Und die wirkliche Frage, die ich mir dabei stelle, ist, reden die eigentlich miteinander? Und das ist ja wohl entscheidend, dass der Bundesinnenminister, die Kanzlerin und der Chef des Bundesverfassungsgerichts miteinander sprechen und über die Lage die gleiche Einschätzung haben, nur weil dann kann ich handeln. Meine Damen und Herren, und darum geht es. Darum geht es für uns Sozialdemokraten. Hier geht es nicht um einen Kopf, hier geht es um die Frage des Vertrauens des Rechtsstaats und auch in das Vertrauen in die öffentliche Sicherheit in Deutschland. Das ist für uns zentral, genauso wie die soziale Sicherheit. Und da sind wir unterschiedlicher Auffassung hier auch. Die Grünen, die FDP, Herr Lindner hat das heute klar gemacht bei der Rente. Ja, und auch bei der Miete. Ja, die SPD ist mit Sicherheit nicht die Partei der Interessen der Eigentümer, also von Haus und Grund, sondern die SPD ist die Interessenvertreter eher der, die im Mieterbund organisiert sind. Vollkommen klar. Und wenn ich in einer Stadt, in einer Großstadt mittlerweile 40 Prozent und Ansteigen meines Einkommens nur noch für Miete ausgebe, dann ist das nicht mehr akzeptabel, weil es auch eine Umverteilung ist. Weil nämlich natürlich durch die Vermögenspreissteigerung in den letzten Jahren diejenigen, die haben, die Wohnungen verfügen, die über Häuser hier in Berlin, in München, in Hamburg verfügen, deren Vermögen ist gestiegen. Und dazu kommt noch das zusätzliche Einkommen aus der höheren Miete. Wir sagen, nein, stopp, wir Sozialdemokraten werden das stoppen. Dieser Abfluss, dieser Umgreiterumverteilung gibt es mit uns nicht. Wir greifen ein, Mieten ist ein Grundrecht, faire Mieten für uns im Land. Von daher, dieser Herbst, dieser Haushalt bringt diesen Herbst, insbesondere was den sozialen Aufbruch bringt, in den Mittelpunkt. Wir werden darum kämpfen, dass wir eine gesellschaftliche Mehrheit auch dafür bekommen, dass wir die gesetzliche Rentenversicherung, Andrea Nahles hat das gesagt, dauerhaft stabilisieren und nicht abgleiten. Es ist uns gelungen, mit dem ersten Entwurf des Gesetzes von Hubertus Heil bis 2025 hier die Sicherheit zu geben. Und ja, dafür brauchen wir Geld, aber wir werden es uns nehmen. Wir werden die verfügungsstehenden Mittel nutzen und sie zum Beispiel nicht für, ja, sehr genau von der AfD, Ihre Kollegin Weidel hat eben gesagt, dass sie das 2-Prozent-Ziel der NATO erreichen will. Das heißt 40 Milliarden mehr für Aufrüstung. Sozialdemokraten wollen das nicht, wir wollen es für eine stabile Rente. Vielen Dank. Carsten Schneider, erster parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion mit seinem Debattenbeitrag hier in der Generalaussprache zur Regierungspolitik. Leif-Erik Holm hat eine Kurzintervention. Herr Präsident, Sie haben hier reine Propaganda verbreitet. Herr Gauland hat heute noch mal eindeutig festgestellt, dass wir uns gegen jeglichen Extremismus wenden und auch gegen Übergriffe, die es auf Chemnitzer Demonstrationen gegeben hat. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass es dies, was Sie hier beschrieben haben, auf unseren Demonstrationen nicht gegeben hat. Sie haben hier gerade eben im Hohen Hause gesagt, bei uns wären irgendwelche Nazi-Hools aufmarschiert, die gerufen hätten, wir sind die Fans Adolf Hitler-Hooligans. Dies ist absolut unwahr. Das hat auf unseren Demonstrationen nicht stattgefunden. Sie wissen genauso gut wie ich, dass das eine Falschbehauptung der Tagesthemen war, die korrigiert werden musste. Das hat auf anderen Demonstrationen stattgefunden und nicht auf den vernünftigen Demonstrationen der AfD im Kenntnis. Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Und ich möchte noch eins sagen. Wir wenden uns gegen jeden Extremismus, während Sie es offensichtlich nicht tun. Herr Bundestagspräsident Schäuble hat gestern eine wirklich gute Rede gehalten. Und er hat sich gegen jeglichen Extremismus von links und rechts gewandt. Diejenigen, die nicht geklatscht haben, das waren Sie, das war die SPD, das waren die Linke, das waren die Grünen. Das ist entlarvend. Kollege Schreiter, wollen Sie antworten? Bitte schön. Sehr geehrter Kollege, ich weiß exakt, was ich gesagt habe. Am Sonntag, nach dem Totschlag an dem Mann in Chemnitz, fand die erste Demonstration statt mit 800 Hooligans, die durch Chemnitz gezogen sind. Hören Sie mir genau zu. Am Montag fand die zweite Demonstration statt. 1.000 bis 2.000 Demonstranten auf der Seite der eher politischen Mitte links und 5.000 bis 8.000 Leute, die auf der rechten politischen Seite demonstriert haben. Warten Sie es ab. Warten Sie es ab. Dabei sind diese Sprüche gefallen. Am Montag. Meine Mitarbeiter aus meinem Büro aus Erfurt sind nach hingefallen nach Chemnitz. Sie haben sich nicht sicher gefühlt. Es waren 800 Polizisten da. Viel zu wenig. Und die Entscheidung, ob das dort brennt oder nicht, haben die Hooligans getroffen. Am Samstag drauf war ich in Chemnitz. Ich weiß nicht, ob Sie da waren. Es gab eine Gegend. Es gab zwei Demonstrationen. Eine bei der war ich. Und eine, da hat die AfD aufgerufen. Da waren auch 5.000 bis 6.000 Demonstranten da. Die ist gemeinsam gewesen mit Pegida, mit Pro Chemnitz. Sie sind gemeinsam marschiert. Sie ist vereinigt worden. Und aus dieser Demonstration heraus sind unsere Sozialdemokraten angegriffen worden. Das sind die Fakten. Und denen können Sie sich auch nicht entziehen. Der nächste Redner ist der Kollege Otto Fricke. Noch ein Intermezzo zwischen Leif-Erik Holm und Carsten Schneider. Und jetzt geht es in der Debatte erstmal weiter. Otto Fricke ist der haushaltspolitische Sprecher der FDP-Fraktion. Ich möchte jetzt in der Debatte gerade sagen, ja, die gehört da auch dazu. Aber was sollen denn diejenigen, die uns zuschauen, sagen, ist das das einzige Thema, worüber ihr euch hier streiten könnt? Wir müssen über die Zukunft unseres Landes insgesamt reden. Und vielleicht besinnen wir uns dabei mal auf eine Grund, auf unsere Grundlagen und erinnern uns in der Historie. Und mir fällt zum Haushalt ein lateinischer Spruch ein. Den können ja dann manche übersetzen, um wieder ein bisschen sich abzukühlen. Und das ist timeo danos, e dona ferentes. Da kann ja jeder mal überlegen, was das zum Haushalt aussagt. Ich löse es vielleicht gerne für die anderen auf, die es wissen wollen. Wir haben wirklich wunderbare wirtschaftliche Zeiten. Wir haben wunderbare Zahlen in unseren Sozialkassen. Wir haben insbesondere, was unser Alterssystem angeht, was die Altersarmut angeht, was die Frage der Pflege angeht, gute Zeiten. Das heißt aber nicht, das sollte man erstmal festhalten, das ist der Unterschied zur Linken. Halte erstmal fest, auf welchem Niveau wir sind und rede dann als Politiker darüber, es besser zu machen und rede es nicht von Anfang an schlecht, um die Leute zu verunsichern. Das sollten gerade Sie von der Linken doch irgendwann mal lernen. Meine Damen und Herren, es ist sogar so, und das hat der Finanzminister bisher ja bewusst in der Debatte verschwiegen, man kann ja inzwischen alles abfragen. Und zur Hälfte des Jahres, Herr Finanzminister, Sie haben es ja selber rausgegeben, haben wir im Haushalt sogar einen Überschuss von mehr als drei Milliarden. Das Interessante ist jetzt, wenn man einen solchen Überschuss hat, wird der Minister mal sagen, ja, den werden wir nachher noch für anderes verbrauchen, da wird der Großen Koalition schon genug einfallen. Aber wenn man zukunftgewandt ist, könnte man doch sagen, was steht eigentlich im Haushaltsgesetz, was wir mit Überschüssen machen? Jetzt würden wir sagen, gebt dem Bürger es zurück, jetzt folgen wir aber mal der rot-schwarzen Idee oder der schwarz-grünen Idee, wir geben es für was anderes aus. Und im Haushaltsgesetz steht dann, wenn Sie mehr Einnahmen haben, dann geht das in die Asylrücklage. Die Asylrücklage, die ist zwar mit über 20 Milliarden schon unheimlich voll, und in der Finanzplanung steht, dass man angeblich auch eine Milliarde rausnimmt dieses Jahr, was wir gar nicht brauchen, wie Sie ja auch wissen, Herr Minister. Anstatt, dass Sie jetzt sagen, okay, war ein Fehler, ist uns vor einem Vierteljahr passiert, wir haben dieses Geld, wenn wir es ausgeben wollen, für die Zukunft übrig, für Digitalisierung, für Kinder, für Schule, für Bildung. Das machen Sie nicht. Was Sie machen, ist, Sie fahren einfach weiter so mit dem, was Sie haben, und damit verschenken Sie unsere Zukunft, und damit denken Sie nicht an morgen und schon gar nicht an nachwachsende Generationen. Und ich will das auch an zwei Bereichen ganz schnell verhält. Die Bundeskanzlerin hat hier darüber geredet, dass in der Arbeitslosigkeit in der Beitrag sinkt. Stimmt. Da streiten Sie sich darüber innerhalb der Koalition, wer der Bessere ist, wie viel oder wie viel doch oder wie viel weniger oder wie viel mehr. Was verschwiegen wird, ist, dass der Kollege Heide jetzt leider nicht da ist, und das ist ja der Schwerpunkt eigentlich des Haushaltes, Ihnen nicht sagt, der Öffentlichkeit nicht sagt, dass er gleichzeitig sagt, okay, ich senke, aber gleichzeitig gebt noch bitte etwas mehr als eine Milliarde für neue Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung. Das ist, wie Sie es machen. Sie versprechen auf der einen Seite eine Senkung und verstecken ganz heimlich mal eben so, ach, übrigens, wir fahren die Leistung noch hoch, und das nächste Mal, wenn die Wirtschaft nicht mehr gut läuft, wundern wir uns, dass die Finanzbeträge so aussehen. Zweiter Punkt, Rente. Herr Kauder, das war ja sehr schön, was Sie da erzählt haben, wie Sie hier Opposition zum Finanzminister gespielt haben. Wir fanden das sehr nett, haben gedacht, Mensch, guck mal, der hat bei unseren Reden abgeschrieben, finden wir nicht schlecht, ist ja in Ordnung, Kopieren ist die höchste Form der Anerkennung, und haben dann gesagt, zu Recht, die SPD, obwohl wir eine Kommission haben, macht neue Vorschläge. Dass das übrigens der Sozialminister macht, kann ich verstehen. Dass der Finanzminister, der eigentlich einfach sagen müsste, halt, stopp, dem auch noch beispringt, und beide nicht sagen, wie es zu finanzieren ist, haben Sie vollkommen recht. Und die CDU, CSU, was macht die? Die sagt, ach, übrigens, Mütterrente 2, haben wir jetzt so eine Einigung, und sagt als nächstes, jetzt machen wir auch schon Mütterrente 3. Herr Kauder, jemand, der dem Koalitionspartner das vorwirft und es selber auch macht, den kann man doch in so einem Punkt nicht ernst nehmen. Und vielleicht noch eines dann, das will ich auch noch sagen, und bei der Frage, auf worauf Sie zielen, Sie zielen darauf, dass Ihnen jede Rentnerin, jede Mutter sagt, das ist doch toll, dass ich das machen kann. Und Sie, Herr Scholz, zielen doch auf nichts anderes als auf meine Generation, auf die Baby Boomer, von denen Sie sagen, wenn die mit 65, 67 Rente gehen, dann müssen die schon sicher wissen, dass alles in Ordnung ist. Das ist nett, aber das ist nicht zukunftsgewandt, sondern das ist im Endeffekt nur der Versuch, allen es recht zu machen und am Ende blank dazustehen. Meine Damen und Herren, zum Schluss, die Bundeskanzlerin hat gesagt, wortwörtlich, die schwarze Null ist eine gute Nachricht für die junge Generation. Da kann ich nur sagen, wer solche Minister hat, wer einen solchen Fraktionsvorsitzenden hat, der sollte sich eher überlegen, ob dieser Haushalt eine schöne Verpackung ist, aber eigentlich ein trojanisches Pferd. So viel zum Beginn der Rede. Danke. Otto Fricke, haushaltspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, auch noch mal mit Anmerkungen zum Haushalt. Der nächste Redner jetzt der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Alexander Dobrindt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es ist ja in der Tat so, dass Deutschland ein starkes Land ist. Und wir zeigen dies ja nicht nur in den Haushaltszahlen, sondern die Wirtschaft boomt, die Wachstumsprognosen sind positiv, die Beschäftigung ist auf einem Höchststand seit 25 Jahren. Und wir haben weltweit eines der besten Sozialsysteme. Und wir machen, ja, keine neuen Schulden und investieren gleichzeitig auf Rekordniveau. Und das ist natürlich auch die Bilanz von 13 Jahren Unionsregierung, 13 Jahre christlich-sozialer Politik in Deutschland. Diese Stärke verpflichtet, sie verpflichtet in hohem Maße, und zwar dazu, dass dieser wirtschaftliche Erfolg auch allen Menschen in Deutschland zugutekommt. Alle müssen und sollen profitieren von dieser wirtschaftlichen Stärke. Das verpflichtet uns dazu, dass wir Familien unterstützen, für gute Renten sorgen, ein Alter in Würde ermöglichen, Investitionen sichern. Das verpflichtet uns natürlich auch zu humanitärer Verantwortung für diejenigen, die wirklich verfolgt sind und Hilfe benötigen. Das verpflichtet uns dazu, dass wir dafür sorgen, dass alle teilhaben können an Wohlstand in unserem Land. Und dieser Haushaltsentwurf wird dem in weiten Teilen auch gerecht. Es ist ein Haushalt der Stärke, der unsere Erfolge übrigens in vielen Bereichen weiter fortschreibt. Aber ich sage auch hier klar, ein Haushalt dieses Stärke, der verpflichtet auch dazu, dass man in diesem Land frei und sicher leben können muss. Das heißt, ein Rechtsstaat ohne Abstriche muss Geltung haben, sozialer Zusammenhalt muss gestärkt werden. Beides ist, und das hat diese Debatte ja gerade gezeigt, gleichermaßen herausgefordert. Und deswegen darf ich schon mal meine Verwunderung auch zum Ausdruck bringen, dass man manchmal das Gefühl hat, dass die Empörung über die Empörten stärker formuliert wird, als über die Empörung über eine schreckliche Bluttat, die stattgefunden hat. Meine Damen und Herren, es geht darum, dass diese Tat auch mit aller Härte des Rechts verfolgt und bestraft wird. Und ich habe Verständnis dafür, dass solche Taten in unserem Land auch zu Empörung führen. Und es ist selbstverständlich, dass Menschen dieser Empörung Ausdruck verleihen. Es ist aber genauso selbstverständlich, dass dieser Ausdruck der Empörung den Regeln unseres Rechtsstaats, die Regeln unseres Rechtsstaats einzuhalten hat. Das, was an radikaler Hetze, Hitler-Großanschlag auf jüdisches Lokal zu sehen war, das darf keinen Millimeter Platz haben. Dem stellen wir uns natürlich entgegen, und zwar hier politisch und auch mit allen Mitteln des Rechtsstaats. Herr Bartsch, ich habe sehr deutlich bei Ihnen zugehört, indem Sie in Ihrer Rede doch mehr als deutlich darstellen wollten, dass die Migrations- und Flüchtlingsfragen in den vergangenen drei Jahren ganz offensichtlich nicht die Grundlage von einer Vielzahl von Problemen sein. Ich kann Ihnen nur sagen, dass das, was wir seit drei Jahren auch gerade politisch an Beschäftigung mit dem Thema Flucht, Fluchtursachen, Bekämpfung, Migration, Integration in diesem Land erleben, ist ein wesentlicher Teil der Problemaufarbeitung. Und Sie können einfach mal in Ihre politische Landschaft hineinschauen. Keiner kann heute beschreiben, dass auch die politischen Parteien und das politische System in Deutschland maßgeblich ergriffen ist von der Frage Migration, Flucht und Integration. In Ihrer Partei direkt findet gerade das Entstehen einer sogenannten Sammelbewegung statt mit Unterstützung von Teilen der SPD und der Grünen. Ich glaube nicht, dass das eine Sammelbewegung ist. Das ist gar keine Bewegung. Das ist ein Sammelbecken für linke Sektierer. Aber es ist organisiert aus Ihrer Partei von Sarah Wagenknecht und zwar auf genau der Grundlage von Migration, Flucht und Vertreibung und der Debatte und der Probleme, die damit zu tun haben, meine Damen und Herren. Ja, man kann das auch, wie es Katrin Göring-Eckardt beschrieben hat, schlichtweg als Fakt bezeichnen, Migration als Fakt. Liebe Kollegin Göring-Eckardt, das zu vergleichen und in eine Linie zu stellen mit der Wiedervereinigung und der Digitalisierung, das halte ich für einen ausgesprochen gewagten Vergleich. Wir sind dabei, dass wir die Migrationsbewegungen der Welt da unterstützen, wo wir dafür sorgen können, dass wir Flucht und Vertreibung verhindern, Fluchtursachen bekämpfen, aber auch dafür sorgen, dass Recht und Ordnung bei der Zuwanderung herrscht. Ich habe das Gefühl, wenn man Ihnen genau zuhört, dann geht es Ihnen weniger darum, Recht und Ordnung durchzusetzen, gleichzeitig mit Humanität, sondern Sie wollen mit Ihren Elementen, wie zum Beispiel der Untergrenze für Zuwanderung, schlichtweg Fakten schaffen in diesem Land. Wir wollen aber Recht und Ordnung und keine falschen Fakten schaffen. Und gerade wegen diesen großen Herausforderungen, über die wir wichtige und notwendige Debatten ja auch führen, muss auch immer sehr klar werden, dass wir Deutschland nicht nur begreifen als ein Land, das aus politischen Rändern besteht. Deutschland ist ein Land, das vor allem aus einer Mitte, aus einer politischen Mitte besteht. Millionen Menschen, die jeden Tag morgen aufstehen, in die Arbeit gehen, Millionen an jungen Menschen, die Familien gründen und Kinder großziehen, Unternehmer und Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen. Die dürfen ja nicht in den politischen Debatten zur vergessenen Mitte werden, sondern die müssen im Zentrum unserer Politik stehen. Und die Entlastung dieser Bürger und die Teilhabe am Wohlstand, das ist das Zentrum auch unserer Politik und das findet sich auch in diesem Haushalt wieder. Da geht es um die Entlastung. Und diese Entlastung ist dann möglich, wenn wir solide Finanzen haben, Rekordsteuereinnahmen haben, wenn wir Möglichkeiten haben, denen etwas zurückzugeben, die dies auch erwirtschaftet haben. Und meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, solide Finanzen bedeutet nicht, Rekordsteuereinnahmen zu horten. Solide Finanzen bedeutet, Einnahmen und Ausgaben, Steuern und Entlastungen im Gleichgewicht zu halten. Und diese Balance, dieses Gleichgewicht ist noch nicht hergestellt. Ich will deutlich sagen, wer bei den Überschüssen, die wir zu verzeichnen haben, meint, er könnte den Bürgerinnen und Bürgern Entlastungen verweigern, der handelt nicht solide, sondern der handelt leistungsfeindlich. Wir wollen aber Leistungsgerechtigkeit in diesem Land haben. Und das muss auch bei der Steuer und der Entlastung sichtbar werden. Wir haben das umgesetzt bei der Arbeitslosenversicherung und der Absenkung um 6 Milliarden Euro, bei der kalten Progression und der Bekämpfung, bei der Herstellung der paritätischen Krankenversicherung, bei der jetzt geplanten Abschaffung des Solidaritätsbeitrages mit seiner ersten Stufe 10 Milliarden Euro, die Hälfte des Gesamtvolumens. Und ich bin schon in der Tat etwas überrascht, wie da auch politisch damit umgegangen und diskutiert wird, wenn man Überschüsse hat. Wenn die Steuereinnahmen im Rekord zu verzeichnen sind, dann muss man doch auch darüber reden, an welcher Stelle kann man zusätzlich Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger durchsetzen. Und wenn wir darüber reden, dass es kein Tabu sein darf, über die komplette Abschaffung des Soli zu reden, dann sagen uns die Grünen beispielsweise mit ihrer finanzpolitischen Sprecherin, es wäre ein Steuergeschenk für die reichen und Besserverdienenden. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich die Situation mal anschaut, ich unterstelle mal, dass Sie nicht grundsätzlich bei der Entlastung durch den Soli gemeint haben, dass allejenigen, die davon profitieren, zu den reichen und Besserverdienenden gehören. Möglicherweise missverständlich formuliert. Aber wenn Sie den ersten Teil der Entlastung vielleicht mit 10 Milliarden Euro noch mitgehen, dann haben Sie zumindest den zweiten Teil, die nächsten 10 Milliarden Euro für eine Komplettentlastung der Bevölkerung beim Soli, die ab einer Grenze von 60.000 Euro Einkommen stattfindet. Dann haben Sie zumindest diejenigen gemeint, und beim besten Willen jemand, der 60.000 Euro in diesem Land verdient, der gehört nicht zu den Reichen und Besserverdienenden. Das ist die politische Mitte der Gesellschaft, die wir entlasten wollen. Und deswegen muss der Soli auf dem Prüfstand. Herr Soli gehört nicht in die Gehaltsabbrechung der Menschen. Er gehört ins Geschichtsbuch dieses Landes. Und deswegen arbeiten wir auch weiterhin an dieser Entlastung und an der Unterstützung der Familien. Kindergelderhöhungen wurden angesprochen. Baukindergeld wurde angesprochen. Es gibt übrigens auch Bundesländer, die weit noch darüber hinausgehen, was der Bund leisten kann. Bayern gehört da dazu. Beim Pflegegeld, das zusätzlich in Bayern bezahlt wird, hat der Bundesarbeitsminister inzwischen erkannt, dass dies auch allen zugutekommen soll, unabhängig vom Einkommen. Das ist eine richtige Einsicht. So ist das Pflegegeld auch konzipiert. Ich verstehe nur nicht ganz, warum beim bayerischen Familiengeld von 250 Euro im Monat für jede Familie mit Kind, dass er da zu der Einschätzung kommt, dass dies nicht allen zugutekommen sollen, sondern dass es gerade denjenigen, die am wenigsten haben, im Monat zur Verfügung vorenthalten werden soll. Sehr verehrter Bundesarbeitsminister, das ist nicht meine Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit. Überprüfen Sie mal, ob Sie da nicht genau die Falschen treffen mit Ihrer Politik. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich rufe offen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben eine ganze Reihe von Vorkehrungen in diesem Haushalt getroffen, um auch dafür zu sorgen, dass unsere Bereitschaft, uns weltweit zu engagieren, zum Ausdruck kommt. Das 2-Prozent-Ziel wurde erwähnt, das 2-Prozent-Ziel der NATO, das durch einen nur erheblichen Aufwuchs auch unserer Verteidigungsausgaben zu erreichen ist. Ich bin überrascht, dass sich jetzt der eine oder andere von diesem 2-Prozent-Ziel entfernen will. Wir haben das gemeinsam vereinbart in einer internationalen Allianz in der NATO. Wir erwarten, dass dieses 2-Prozent-Ziel auch eingehalten werden wird. Dazu gehört der feste Wille, den Aufwuchs im Verteidigungsetat zu leisten. Da ist eine Menge drin jetzt im Haushalt. Es muss aber deutlich nachgebessert werden, wenn wir unsere Bündnisverpflichtung in der Welt auch einhalten wollen. Mein und unser Wille ist das, und deswegen werden die Haushaltsberatungen zeigen, dass aus diesen erwähnten Finanzmitteln, die Volker Kauder angesprochen hat, diese angebliche globale Mehrausgabe, die mir bisher ehrlich gesagt in der Vergangenheit nie untergekommen ist, was die eigentlich bedeuten soll. Aber es ist eine Mehrausgabe für Investitionen, über die der Deutsche Bundestag entscheiden wird und ansonsten niemand. Und wir wollen, dass der Verteidigungshaushalt auch genau an diesen Investitionen profitiert, meine Damen und Herren. Das in Kombination mit einer weiteren Stärkung der Investitionen bei der Entwicklungszusammenarbeit im Haushalt vom Minister Gerhard Müller. Das sind die Aufgaben, die wir jetzt schultern wollen in der weiteren Beratung des Bundeshaushalts im Parlament. Ich kann nur sagen, in einem Haushalt mit diesen Volumen und Möglichkeiten, die uns die hohen Steuereinnahmen bieten, kann es nur eine Botschaft geben. Die Nettofrage muss wieder oben auf die Agenda. Mehr Netto vom Brutto. Das muss die Losung für unsere Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sein. Dankeschön. Alexander Dobrindt, der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, hat sich jetzt die Zeit genommen, die er gerne gehabt hätte. Das heißt, die Zeit wird abgehend von einem der nächsten Redner aus der Unionsfraktion. Aber er hat auch noch mal darauf hingewiesen, was ihm wichtig ist und was uns dann auch in den kommenden Wochen noch Diskussionen bescheren wird, nämlich mehr Entlastung für Bürger. Da sieht der Finanzminister ein klein wenig anders. Es wird jetzt hier möglicherweise um einen Unterpunkt gehen beim Etat des Bundeskanzleramtes und der Bundeskanzlerin, nämlich um den Etat Kultur und Medien, der ja gemeinsam hier mit diesem Etat verabschiedet wird. Auch zuständig ist ja die Staatsministerin für Kultur und Medien, die auch im Kanzleramt sitzt, nämlich Monika Grütters. Kultur ist im Prinzip Ländersache. Einige Aufgaben übernimmt allerdings auch der Bund. Besondere Kultureinrichtungen, etwa Projekte von sogenannter nationaler Bedeutung, Museen, Gedenkstätten sind dabei. Forschung spielt da eine Rolle. Und auch die Deutsche Welle, der Auslandsrundfunk. Der erste Redner zu diesem Punkt ist Erhard Grundl, Sprecher für Kulturpolitik und der kommt aus den Reihen von Bündnis 90 Die Grünen. Und wenn jetzt von Ihnen noch jemand fragt, braucht es das? Dann sage ich Ihnen, im Deutschland von 2018, wo Menschen gejagt werden, weil sie zu Minderheiten gehören, wo jüdische Restaurants überfallen werden, wo Gedenkstätten vor Pöblern geschützt werden müssen und wo die Paten der Geschichtsverdreher und Holocaust-Relativierer, wo die Vogelschiss- Theoretiker und Hasspraktiker hier im Parlament höckern, da braucht es diese Erinnerungskultur mehr als jemals zuvor. Meine Damen und Herren, vor 100 Jahren, mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, änderte die deutsche Kolonialherrschaft. Bis heute ist die Auseinandersetzung mit diesem kolonialen Erbe eher eine Geschichte der Kunstsammlungen als der Verantwortung. Wir brauchen Dokumentationsstätten, Provenienzforschung und die Aufarbeitung des Kolonialismus. Für das Humboldt-Forum fehlt immer noch ein klares Umsetzungskonzept. Und hier geht es um deutlich mehr als um Hauptstadtprestige. Meine Damen und Herren, Integration ist eine unserer Herkulesaufgaben. Sie ist kein Ponyhof, aber sie gelingt durch die persönliche Begegnung, durch Arbeit und durch Teilhabe, durch kulturelle Teilhabe. Aber was tut unser Minister der Heimat dazu? Im BAMF geht es dank seiner Ränkespiele drunter und drüber. Integrationsmittel werden gekürzt und Beratungsstellen sind überfordert. Zur Integration gehört es, an kulturellen Angeboten teilnehmen zu können. Die kulturelle Teilhabe, unabhängig von Herkunft und vom Geldbeutel, ist entscheidend für eine vielfältige und solidarische Gemeinschaft. Aber sowohl im Heimatmuseum als auch in von der Frau Staatsministerin vertretenem Etat werden die Mittel für kulturelle Integration gekürzt. Und das ist das völlig falsche Signal. Was wir brauchen, sind Investitionen in unsere Zukunft, gerade was die kulturelle Teilhabe für Menschen in Deutschland angeht. Und ein Wort noch zu den Ausführungen des Herrn Dobrindt. Die CSU und ihr Vorsitzender ist zurzeit auf der Suche nach Problemursachen. Und ich erinnere mich noch deutlich, als gerade dieser Ministerpräsident und heutiger Innenminister im April 2015 nach Riyadh geflogen ist, um in diese Krisengebiete Rüstungsexporte zu unterstützen und vehement zu fordern. Das Problem, Probleme, die wir in Deutschland haben, sind nicht Menschen, sondern die sind in solche Politik. Und dagegen verwahre ich mich. Ich danke Ihnen. Für die SPD-Fraktion spricht der Kollege Achim Kost. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir merken ja in dieser Debatte, dass es um einen wichtigen Haushalt geht, in einem Haushalt um einen Haushalt, in dem es um viel Geld geht. Und wir merken gleichzeitig, dass es dabei um viel mehr geht. Es geht um die Frage, in welchem Land, ja in welchem Deutschland wir leben wollen. Und viele, nein, ich würde sagen, die meisten hier im Saal und die meisten im Land wollen, wie ich, ein demokratisches, soziales und liberales Deutschland, in dem auf der Grundlage unserer Verfassung alle 82 Millionen Bürgerinnen und Bürger die gleichen Rechte und Pflichten haben. Und alle, die unser Grundgesetz missachten und verachten, sollten eines wissen. Wir sind mehr. Wir werden mit Herz und Verstand für unser Land und für unsere Demokratie kämpfen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn eins sollten wir uns kurz vergegenwärtigen. Wir haben in Deutschland, im Bund und in den Ländern 17 demokratische Innenminister. Wir haben 17 demokratische Justizministerinnen und Justizminister. Und wir haben 17 demokratische Regierungschefinnen und Regierungschefs. Wir Demokraten haben alle politischen Schalthebel in der Hand. Wir haben also auch alle Mittel, um zu verhindern, dass sich die rechte braune Front in unserem Land weiter breit macht. Denn spätestens seit Chemnitz ist doch endgültig klar geworden, Nazis, Hooligans, Pegida und AfD demonstrieren zusammen und agieren zusammen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deshalb an die Adresse der AfD. Sie gehören nicht in die erste, zweite und dritte Reihe des Bundestages. Sie hören auf die erste, zweite und dritte Seite der Verfassungsschutzberichte in diesem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und all das unterstreicht eins. Wir brauchen einen starken, handlungsfähigen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat. Dafür sind wir bereit zu investieren. Dafür sind wir auch bereit, mehr zu investieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will Ihnen mal drei Punkte nennen, was in diesem Haushalt vorkommt. Erstens, wir brauchen einen wehrhaften Staat. Wir haben in der Koalition bereits einen ordentlichen Aufwuchs bei Polizei, Zoll und Justiz beschlossen. Da müssen und da werden wir weitermachen. Grundlegend ist dabei eins. Das Gewaltmonopol des demokratischen Staates muss immer und überall gelten. Und es muss unterschiedslos ausgeübt werden. Gegen Nazis und Gewalttäter genauso wie gegen Islamisten und gegen schwer kriminelle Familienclans, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zum wehrhaften demokratischen Staat gehören genauso Investitionen in Prävention und in Initiativen gegen rechts. Das von Franziska Giffey vorgeschlagene Demokratiefördergesetz ist dafür ein guter und richtiger Schritt, liebe Frau Ministerin. Zweitens, wir brauchen einen starken Sozialstaat. Und was machen wir denn mit diesem Haushalt? Wir investieren in Bildung und Kitas. Wir investieren in einen sozialen Arbeitsmarkt. Wir investieren in ein umfassendes Rentenpaket. Und wir investieren in eine Krankenversicherung, in der Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder gleich viel einzahlen. Alles Punkte, die richtig sind, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und auch hier werden wir mehr tun müssen. Und wir werden mehr tun. Meine Fraktion und ich werden weiter alles dafür tun, dass die Renten langfristig stabilisiert werden. Wir werden weiter alles dafür tun, dass der Mindestlohn deutlicher steigt als bisher, so schnell wie möglich auf 12 Euro in der Stunde, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und drittens, wir brauchen ein starkes Europa. Europa ist unser bester Schutz gegen einen Rückfall in Nationalismus und Krieg. Dafür brauchen wir eine handlungsfähige Europäische Union. Wir wissen doch eins. Bis Dezember, das ist nicht mehr lange hin, müssen in Kernfragen der Reform Europas Entscheidungen fallen. Sonst könnte sich dieses Reformfenster schneller schließen, als uns lieb ist. Und dabei muss gelten, so wichtig und wünschenswert gemeinsame Lösungen in der Flüchtlingspolitik sind. Die Flüchtlingsdebatte darf nicht notwendige Fortschritte in anderen Bereichen ausbremsen und verhindern. Wir brauchen jetzt dringend eine Reform der Wirtschafts- und Währungsunion. Wir brauchen jetzt dringend eine gerechte Besteuerung von Unternehmern, gerade der großen Internetkonzerne mit einer europäischen Digitalsteuer. Und wir brauchen faire Bedingungen für Arbeitnehmer im Binnenmarkt durch gemeinsame Standards für Mindestlöhne in Europa. Und nicht zuletzt, wir brauchen einen europäischen Zukunftshaushalt, in den wir mehr investieren als bisher. Und, lieber Kollege Dobrindt, im Moment sehe ich ihn nicht. Was wir nicht brauchen, ist eine Verdopplung des Verteidigungshaushalts. Dann haben wir für alle anderen Sachen nämlich kein Geld mehr. Zusammengefasst. Ein wehrhafter Rechtsstaat, ein starker Sozialstaat und ein handlungsfähiges Europa sind die Garanten für eine gute Zukunft unseres Landes und seiner Bürgerinnen und Bürger. Sie sind das Bollwerk gegen alle, die unsere Demokratie, die unser Deutschland und die unser Europa zerstören wollen. In diesem Sinne, gute Beratung. Der nächste Redner ist der Kollege Johannes Kahrs, SPD-Fraktion. Johannes Kahrs ist der haushaltspolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich an dieser Stelle als erstes ganz herzlich bei Martin Schulz bedanken, dafür, dass er hier mal eine klare Ansage gemacht hat. Rechtsradikale in diesem Parlament sind nicht nur ein Problem. Rechtsradikale in diesem Parlament sind unappetitlich. Und wenn man sich das anguckt, dann haben sie außer dumme Sprüche. Keine Inhalte, keine Lösung. Das ist peinlich. Es ist wederbürgerlich. Man muss sich diese Traurigen da nur angucken. Und dann weiß man, von denen sind keine Lösungen zu erwarten, sondern nur Spaltung, Hetze und alles das, was bei denen dazugehört. Hass macht hässlich. Schauen Sie über den Spiegel. Wenn Sie sich das angucken, dann werden Sie feststellen, dass es keine Inhalte gibt. Herr Gauland gibt ja manchmal Interviews. Ab und an sollte man sie sich antun. Bei einem seiner Sommerinterviews hat er gesagt zum Klimaschutz, ich glaube nicht, dass es etwas gibt, was der Mensch gegen Klimawandel tun kann. Zu Digitalisierung hat er gesagt. Von einer Strategie zu Digitalisierung kann nicht die Rede sein. Und ich wüsste im Moment auch keine. Während Herr Meuthen als Bundessprecher die Abkehr von der Zwangsfinanzierung und Umlagesystem fordert, stellt Herr Gauland fest, dass er nicht glaube, dass wir vom Umlagesystem wegkommen und so weiter. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von dem Kollegen? Von dem? Von Rechtsradikalen brauche ich keine. Danke. So, heißt also, wenn Sie sich das im Ergebnis angucken. Ja, wie ist das mit den Getroffenen? Das merkt man doch. Rechtsradikale können spalten. Sie können hassen. Sie können an den Hass appellieren. Und wenn Sie dann selber einmal angesprochen werden, dann reagieren Sie genauso, weil Sie wissen, dass es stimmt. Schauen Sie in den Spiegel, dann sehen Sie, was diese Republik in den 20ern und 30ern das Elend geführt hat. Und wenn man dann von der AfD ab und zu mal so etwas wie Inhalte mitkriegt, dann kämpfen Sie für die Reichen, dann kämpfen Sie gegen die Rente, dann kämpfen Sie gegen alles das, was dieses Land zusammenhält. Gleichzeitig ist es so, dass die AfD in diesem Land die Partei ist, die sich hier hinstellt, und das kann man ja beobachten, 40 Milliarden mehr für die Verteidigung ausgeben will, aber nichts für die Rentner. Man kennt das. Von Rechtsradikalen kann man keine Lösung erwarten. Und wenn Sie dann jetzt auch noch gehen, kann man Ihnen nur einen Spruch zurufen. Liebe Kollegen, bitte nehmen Sie Platz. Bitte nehmen Sie Platz. Bitte nehmen Sie Platz. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Kahrs, rechnen Sie weiter. Man merkt doch, dass es im Bundestag auch wieder sachlich zugehen kann, immer dann, wenn die AfD weg ist. Kommen wir also nun zu diesem Haushalt. Dieser Haushalt ist ein guter Beweis dafür, dass in diesem Land anständig regiert werden kann, dass in diesem Land ein Inhalt vorliegt, wo diese Koalition viel für den inneren Zusammenhalt in dieser Republik tut, im Gegensatz zur AfD, die, wie wir festgestellt haben, nur spalten, hassen kann, nicht mal Parlamentsdebatten beiwohnt, sondern entsprechend inhaltsfrei hier argumentiert. Diese Koalition hat in diesem Haushalt gesagt, dass wir mehr Geld ausgeben wollen, und das ist für uns alle wichtig, für sozialen Wohnungsbau, dass wir mehr machen wollen, um Mieter zu schützen. Mit dem guten Kita-Gesetz der guten Ministerin Franziska Giffey, wie sie da sitzt, werden wir mit den Bundesländern einzeln verhandeln, wie wir mehr tun können für Qualität vor Ort. Es ist wichtig, dass in der Pflege, es ist wichtig, dass bei Erziehern die Menschen besser bezahlt werden, dass die Arbeitsbedingungen besser werden und dass der Ruf dieses Berufes besser wird. Das ist eine der Aufgaben, denen wir uns stellen. Ich glaube, dass es wichtig ist. Ich bin froh, dass die Ministerin das ganz vorne anpackt. Und wir als Sozialdemokraten, diese große Koalition zusammen mit CDU, CSU und SPD, werden wir sie da unterstützen. Ein handlungsfähiger Staat gehört aber auch dazu. Neben Rente, Mieten, die jeder bezahlen kann, einem guten Kita-Gesetz und vielen anderen Dingen ist es aber auch wichtig, dass dieser Staat gegen Radikalismus von Rechtsaußen, Linksausen und anderen, die mit dem Hitlergruß auf AfD-Demonstrationen herumrennen geschützt wird. Deswegen investieren wir in den Sozialstaat auf der einen Seite genauso wie in mehr Polizisten, mehr für das Bundeskriminalamt. Und wir glauben, dass dieser Staat die Zukunft für unsere Menschen, für diese Menschen in diesem Land, für uns alle stärkt. Das sind keine Patrioten. Das sind Menschen, die diese Republik, so wie sie ist, sozial, stark, sicher und einer Zukunft spalten und nicht nach vorne bringen. Vielen Dank. Johannes Kahrs war das Haushälter der SPD-Fraktion. Und Sie haben es gesehen, während Ihrer Rede, während seiner Rede, haben die AfD-Abgeordneten den Saal verlassen. Wenn wir aber solche Aggressivität hier in dieses Hohe Haus bringen, das wird für die Beratungen in der Zukunft nicht zuträglich sein. Ich möchte Sie wirklich bitten, sich zu mäßigen, auch in der Zukunft. Das ist nicht in Ordnung. Also der Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich hat darauf hingewiesen, dass auch der Ton von Johannes Kahrs nicht angebracht war, seiner Ansicht nach. Bitte schön. Jetzt gibt es noch eine Kurzintervention von Barbara Hendricks für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, ich möchte zum Ausdruck bringen, dass ich es für befremdlich halte, wenn Sie dem Kollegen Kahrs sagen, er bringe Aggressivität in dieses Haus und ich von Ihnen eine solche Äußerung im Verhältnis zu Kolleginnen und Kollegen der AfD, nein, ich will lieber sagen, zu Abgeordneten der AfD, noch nie gehört habe. Liebe Frau Kollegin Hendricks, wer immer Aggressivität in dieses Hohe Haus bringt, wird von mir entsprechend darüber belehrt, dass ich das für falsch halte und das habe ich in diesem Fall getan. Die nächste Rednerin ist die Staatsministerin Monika Grütters. Also die AfD-Abgeordneten sind wieder im Plenarsaal und jetzt geht es weiter in der Aussprache, nämlich mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, nämlich Ihr Etat, der steckt mit im Etat des Bundeskanzleramtes, der ja hier anlässlich der Generaldebatte formal beraten wird. Also Monika Grütters jetzt. Wie viele von Ihnen habe ich in den vergangenen Wochen Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes über die Zukunft, nicht nur dieses Landes, sondern auch Europas, geführt? Und wie viele, vielleicht auch viele von Ihnen, habe ich dabei lebhafte Diskussionen und aber auch leidenschaftliche Plädoyers für Europa erlebt, von visionären Ideen und beispielhaften Projekten erfahren, die mich auch echt berührt und teilweise begeistert haben. Sehr bewegt hat mich eine Erzählung einer Gymnasiallehrerin aus Brandenburg, die im Rahmen eines Projekts zum Ersten Weltkrieg mit ihren Schülerinnen und Schülern an der traditionellen jährlichen Gedenkveranstaltung in einer französischen Kleinstadt teilgenommen hat. Dort sangen die deutschen Jugendlichen gemeinsam mit einer französischen Schulklasse ein französisches Lied. Sie hatten das vorher extra auch auf Französisch geübt. Und sie haben im Anschluss daran die Namen der französischen Gefallenen vorgelesen. Für die Lehrkräfte, für die Schülerinnen und Schüler und auch für die anwesenden Nachfahren gefallener Soldaten aus den Weltkriegen war das sicher nicht nur ein bewegender, sondern auch ein sehr emotionaler Moment. Und er ist vor allen Dingen auch ein Beweis dafür, wie wertvoll nicht nur das Reden übereinander, sondern der Austausch sein kann, der eben auch das Bewusstsein für unsere gemeinsame europäische Kultur und Geschichte für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und für die Zukunft Europas beschreibt. Und genau diesem Geist und dieser Überzeugung geschuldet haben wir das Kulturkapitel im Koalitionsvertrag dieser Legislaturperiode überschrieben mit kulturelle Vielfalt, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und dazu, meine Damen und Herren, gehört eben auch eine Erinnerungskultur, die verbindet, die uns allen vor Augen führt, dass wir, wenn wir uns unseren Nachbarn öffnen, wenn wir dem anderen nicht mit Abwehr, sondern mit Neugier und mit Offenheit begegnen, Grenzen überwinden können und zusammenwachsen zu dem, was Europa ausmacht, zu einer Einheit in Vielfalt. Und es muss, glaube ich, unsere Aufgabe sein, eben genau eine solche Erinnerungskultur auch systematisch zu unterstützen. Wir alle, insbesondere natürlich die junge Generation, aber ich glaube, das richtet sich auch immer wieder und regelmäßig an uns selbst, können durch die Auseinandersetzung mit dieser sehr gemeinsamen Geschichte lernen. Deshalb sollen im Sinne einer Stärkung der Erinnerung an die Folgen von Diktatur und Gewaltherrschaft, so wie es im Koalitionsvertrag steht, Jugendliche mit einem neuen BKM-Programm Jugend erinnert, künftig noch besser und mit nachhaltigen Projekten an Gedenkeinrichtungen und unserer Geschichte herangeführt werden. Gemeinsam mit den Leitern dieser Einrichtungen, dieser Gedenkstätten, entwickeln wir gerade ein Konzept für nachhaltige Verbindungen zwischen den Erinnerungsorten mit Schülern, mit Studierenden, mit angehenden Lehrern, aber auch mit Institutionen in der Nachbarschaft. Und dafür stehen in der Anlaufphase zunächst mal zwei Millionen Euro zur Verfügung. Das Programm geht übrigens Hand in Hand mit einer Stärkung der pädagogischen Arbeit, die an den Gedenkstätten ohnehin schon geleistet wird. Dafür haben wir noch mal 1,6 Millionen Euro vorgesehen und mehr als 20 neue Stellen geschaffen. Auch über die Erinnerungskultur hinaus freue ich mich, dass mit dem Regierungsentwurf zum Kultur- und Medienhaushalt 2019 unser Etat noch einmal steigern konnte. Lassen Sie mich zwei, drei Veränderungen kurz benennen. Gerade auch die Bundeskulturfonds, lieber Herr Grundl, Sie haben das eben angesprochen, fördern Projekte ganz gezielt der kulturellen Verständigung, aber natürlich auch der Integration und kulturellen Bildung. Außerdem viele großartige Vorhaben, Werke, Kreative, aus den Bereichen Bildende Kunst, Darstellende, Literatur, Musik, Soziokultur. Dass die Bundeskulturfonds für ihre Arbeit zusätzliche 5 Millionen Euro mehr bekommen, eine Fortschreibung der Initiative aus dem Parlament vom vergangenen Jahr, ist ein wichtiges Signal für die Kulturszene, nicht nur für die Institutionen, gerade auch für junge, aufstrebende, zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler und für das, was wir freie Szene nennen. Wie bereits in der Haushaltsdebatte im vergangenen Mai hier angekündigt, wird auch klar, das gehört, wenn wir über Verständigung, wenn wir über Weltoffenheit, wenn wir über Begegnung und Miteinander und nicht Abschottung reden, geht es auch um das Humboldt-Forum. Ein Ort der Verständigung in Europa, über Europa und über die Welt. Ein Ort der Begegnung und des interkulturellen Dialogs. Wir sind auf der Zielgeraden, wir können das im kommenden Jahr eröffnen. Sie sehen, dass die Gerüste gefallen sind und dass das mehr ist als nur ein Versprechen. Ich glaube, dass wir dann endlich auch unsere Einladung wahrmachen können für jeden, der dieses Haus besucht, Weltbürger zu sein. Das Humboldt-Forum löst übrigens noch ein zweites Versprechen schon vor seiner Eröffnung ein. Es wirkt wie ein Katalysator verrichtiger Debatten. In diesem Fall, Sie wissen das alle, vor allen Dingen über die Aufarbeitung und zum Umgang mit Beständen aus kolonialen Kontexten in Sammlungen und Museen. Ich finde es gut, dass die Zeit des Kolonialismus, die ja noch länger her ist als die Zeit der Weltkriege, jetzt endlich so ins öffentliche breite Bewusstsein gelangt ist. Ihre Aufarbeitung ist ein wichtiges Ziel der Regierung in dieser Legislaturperiode. Allein für die Provenienzforschung, also nur für den Bereich, der die Museen und Sammlungen betrifft, habe ich drei Millionen Euro vorgesehen. Gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt, Frau Müntefering ist da, entwickeln wir Formen des Umgangs mit den Herkunftsgesellschaften. Sie haben gerade wichtige Human Remains auch nach Namibia zurückgegeben, in Anerkennung vielfachen Unrechts der Kolonialzeit und im Interesse einer guten gemeinsamen Zukunft. Auch das eröffnet uns einen weiten Blick auf die Welt. Zum Schluss, meine Damen und Herren, noch einen Hinweis auf die größten einzelnen Veränderungen in meinem Haushalt auf die Förderung der Deutschen Welle, die in diesem Jahr ihr 65. Jubiläum feiert. Manche erinnern sich noch an die Festveranstaltung im Paul-Löbe-Haus. Sie soll gegenüber den bisherigen Planungen 33 Millionen Euro mehr bekommen. Dann wächst der Haushalt auf 350 Millionen an. Wir nähern uns langsam vergleichbaren europäischen anderen Auslandssendern. Die Deutsche Welle ist deshalb so wichtig, weil sie eine unverzichtbare weltweite Vermittlerin der Meinungs- und Pressefreiheit ist, der wichtigen Botschafterin universeller Werte, die auf dem Niveau vergleichbarer anderer Sender einfach auch eine weltweite Rolle für uns spielt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gucke immer hier auf diese Uhr. Ich freue mich, dass wir auch jetzt erneut meinen Kulturetat um ungefähr 6 Prozent steigern konnten. Warum? Weil es natürlich eine schöne Bestätigung und Ausdruck der Wertschätzung der auf Bundesebene verantworteten Kulturpolitik ist und das im 20. Jahr des Bestehens von BKM. Kunst und Kultur sind frei. Sie sind Grundlage unserer offenen demokratischen Gesellschaft und damit wichtiger Teil unseres Landes, das sich seit seiner Gründung im Herzen Europas nicht nur als Wirtschaftsmacht und Sozialstaat, sondern gerade auch als starker Kulturstaat versteht. So heißt es im aktuellen Koalitionsvertrag, in der zehnseitigen Passage zu Kunst, Kultur und Medien und noch in keinem bisherigen Koalitionsvertrag hat es ein so vehement und ausführlich formuliertes Bekenntnis zur elementaren Bedeutung der Kultur für unsere Demokratie und zu einer vielfaltigen, in der Auseinandersetzung mit anderen gereiften, einzigartigen Kulturlandschaft Deutschlands gegeben. Und in diesem Sinne bitte ich Sie um Unterstützung für den Haushaltsentwurf für Kultur und Medien. Vielen Dank. Nächste Redner ist der Kollege Martin Renner, der steckt mit im Einzelplan 04 Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt. Dort gibt es 3,1 Milliarden, die für 2019 vorgesehen sind. Und über die Hälfte davon ist in der Tat das Geld, was für Kultur und Medien vorgesehen hat, die Projekte, die Monika Grütters gerade erläutert hat. Martin Erwin Renner jetzt für die AfD-Fraktion. Die beklagungswerte Spaltung unserer Gesellschaft, sie wird von dieser Bundesregierung betrieben. Das wird vielleicht nirgends so sehr deutlich wie im Haushalt der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Denn hier haben wir es mit dem Ideologiezentrum, der scheinbar ansonsten so orientierungslos, so beliebig agierenden Regierungen Angela Merkels zu tun. Dieser Haushaltsplan, meine Damen und Herren, atmet zumindest zumeist den linken Zeitgeist, er huldigt dem kulturmarxistischen Zeitgeist der 68er und ihrer Apologeten. Er fördert nicht Kultur, wie er vorgibt. Er fördert nicht die Medien, wie er vorgibt. Nein, dieser Haushaltsplan fordert gewünschte Kultur, er fordert gewünschte Berichterstattung. Und weil er so angelegt ist, deshalb spaltet er. Der freie kritische Geist in Kultur und Medien und damit auch in der Gesellschaft wird mit allen Mitteln des Mainstreamings, also letztlich der Gleichschaltung, immer weiter eingeschränkt. Kultur und Medien müssen unabhängig sein. Ja, sollten aus Gründen der Dialektik sogar die antithetische Seite zum Politikbetrieb darstellen. Keinesfalls aber sollten eine Vielzahl von Kulturorganisationen und Medien durch üppig gefüllte Futtertröge gefügig gemacht werden können. So erzeugt man ein willfähriges und abhängiges Hofstaatsschranzentum, meine Damen und Herren. Wir könnten jetzt etliche Einzeltitel, Programme, Projekte herausgreifen. Überall schlägt es uns entgegen, es geht so gut wie immer um Umbau unserer Gesellschaft, um die Durchsetzung einer vermeintlich bunten Multikulti-Diversitäts-Integrations- Phantasma- und Gender-Gaga-Vielfaltsideologie. Dafür wird das Geld des Steuerzahlers mit vollen Händen ausgegeben. Knapp 1,6 Milliarden Euro sind es inzwischen. Mit diesem Geld verpflichtet man sich den Kultur- und Medienbetrieb zusehends. Man schafft sich den alimentierten Kultur-Bourgeois aus dem linken Schüsse-Milieu. Denn darum geht es in Wirklichkeit. Abhängigkeiten schaffen, Gefolgschaften aufbauen, erwünschte Ideologie transportieren, um dann Sprache, Begrifflichkeiten, Bedeutungen manipulativ zu verzerren und in das Gegenteil umkehren zu können. Meine Damen und Herren, der künstliche Umbau unserer bisher weitgehend homogenen, leistungsstarken deutschen Gesellschaft quasi feudalistisch von oben herab hat weder mit Kunst, hat noch was mit Kultur, noch was mit freien, unabhängigen Medien zu tun. Dieser Haushaltsplan instrumentalisiert Kultur. Dieser Haushaltsplan instrumentalisiert Medien. Er macht Kultur und Medien zur Propagandawaffe, zur Agit-Prop-Plattform, gesellschaftspolitischer Umformierung. Und, meine Damen und Herren, damit verkennt er auch die Demokratie und verkehrt die Demokratie. In ihr Gegenteil. Mir fällt bei diesem ganzen Ansatz nur ein Zitat von Gottfried Ben ein. Und er sagt, das wird ihm zugeschrieben, das Abendland geht nicht zugrunde an den totalitären Systemen. Es geht auch nicht an seiner geistigen Armut zugrunde, sondern es geht zugrunde an dem hündischen Griechen, seine Intelligenz vor den politischen Zweckmäßigkeiten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Martin Erwin Renner war das für die AfD-Fraktion. Er sitzt im Ausschuss für Kultur und Medien. Nächster Redner, Martin Rabanus für die SPD, der kulturpolitische Sprecher der Fraktion. Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Im kleinen Moment hatte man ja die vage Hoffnung, dass der Abschluss dieser Debatte in Sachlichkeit und getragen von Fakten hätte stattfinden können. Dann kam die AfD wieder in das Parlament zurück. Und der Herr Renner – das heißt, ich weiß gar nicht, Herr Renner, ob Sie das ernst meinen, was Sie da sagen. Also, wenn man sich das anschaut, also dieses feiste Selbstzufriedene in Ihrem Gesicht, wenn Sie diese Absurditäten und diesen Unfug hier verbreiten, da habe ich tatsächlich den Eindruck oder die Hoffnung oder den letzten Funken von Hoffnung, dass es Realsatire ist, was Sie hier abziehen und nicht wirklich parlamentarisch ernst gemeint sein können. Für den Fall, dass das ernst gemeint ist, kann man wirklich nur sagen, dass es vollkommen jenseits der wirklichen Welt ist. Denn es geht hier überhaupt nicht um die Frage Künstlerinnen und Künstler, Journalisten, Kreative, Filmschaffende und wen auch immer gefügig zu machen. Was ist das eigentlich für ein Bild, das Sie transportieren von denjenigen, über die Sie hier reden? Glauben Sie ernsthaft, die Kunst und Kultur, die Protagonisten, all diejenigen in den unterschiedlichen Einrichtungen, Verbänden, in den kreativen Sparten, würden sich so mir nichts, dir nichts einkaufen lassen? Also ich finde das ja stark, dass Sie einer Bundesregierung, auch einer von SPD und CDU getragenen, so viel Durchgriffsmacht zutrauen. Aber das ist wirklich jenseits dessen, worum es hier tatsächlich geht. Worum es geht, und das ist das, was dieser Teil des Einzelplans 4 von BKM auch leisten kann, ist es, im Bereich der Bundeskulturpolitik das zu tun, was zu tun ist, nämlich sich Werten zu vergewissern, Werte zu stärken, Werte zu vermitteln, Räume zu schaffen, in denen wir tatsächlich Kultur sich entwickeln lassen können. Das passiert in unterschiedlichsten Dimensionen. Das passiert in der Dimension, dass man sich der Geschichte bewusst wird und bleibt. Wir finanzieren Museen. Die Stiftung Preußischer Kultur besitzt mit all den Einrichtungen unser Haus der Geschichte. Wir arbeiten im Bereich Erinnerung und Gedenken. Frau Staatsministerin Grütters hat jugenderinnert genannt, dass ja ein korrespondierender Programmteil sozusagen auch im Auswärtigen Amt, dass sich Frau Staatsministerin Müntefering kümmert, also diese Verknüpfung der Kulturpolitik innen und außen auch herstellt. Im Humboldt-Forum lässt das auch noch mal deutlich sichtbar werden lässt, wo ich Herrn Dorganow, dem Generalintendanten, jetzt eine glückliche Hand und auch das Quäntchen Glück wünsche, das eben selbst der Tüchtige braucht. Es gibt andere Dimensionen. Wir sichern unser historisches Erbe, auch das in verschiedensten Einrichtungen mit diesem Bundeshaushalt, in den Bundesarchiven, mit der Stasi-Unterlagenbehörde, mit der Deutschen Nationalbibliothek, aber auch mit der Deutschen Digitalen Bibliothek, im Bereich der Denkmalpflege, aber auch im Bereich des Filnerbes, was in besonderer Weise wichtig ist. Was mir persönlich auch immer sehr an Herzen liegt, ist die Deutsche Welle, auch das ist genannt worden. Ich bin sehr froh, dass der Aufbaupfad dort vorangehen kann mit jetzt 300, ich glaube 56 Millionen Euro insgesamt. Ich erinnere natürlich auch das Kanzleramt und Frau Grütters und Frau Bundeskanzlerin auch in Abwesenheit an die Absichtserklärungen der 65-Jahr-Feier hier im Hause, wo wir noch ein Stück des Weges vor uns haben. Aber auch da sind wir dran. Was ich abschließend noch erwähnen will, sind zwei Punkte. Das eine ist die Frage, sagen wir mal, unter der Überschrift Kulturorte in der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Zwei Aspekte. Der eine Aspekt, wir wollen, im Koalitionsvertrag ist das angelegt, uns als Bund stärker auch in der Region für die Erhaltung von Kulturorten engagieren. Wir wollen das Programm in Westost ausweiten, bundesweit. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das ganz große Herausforderungen sind, die da finanziell zu bewerkstelligen sind. Bisher ist der Bundestag immer wieder in der Lage, über die Bereinigungssitzung an der einen oder anderen Stelle auch Kulturorte mit großen Summen zu unterstützen. Das wird zu systematisieren sein, damit wir das vernünftig hinkriegen. Der zweite Teil ist der Kulturort Kino, den wir in besonderer Weise im Koalitionsvertrag adressiert haben. Das haben wir im Haushalt jetzt der Bundesregierung angelegt. Allerdings ist da eine Leerstelle, also eine mit Doppel E. Die muss gefüllt werden. Dafür notwendig ist, dass wir konzeptionell klar werden, was wir brauchen. Ich bin sehr dankbar für die Vorarbeiten der HDF Kino. Letzter Satz, Herr Präsident. Da ist deutlich geworden, was wir zu bewerkstelligen haben. Lassen Sie uns das gemeinsam in den Haushaltsberatungen noch voranbringen. Herzlichen Dank. Herr Rabanus für die SPD-Fraktion, deren kulturpolitischer Sprecher und eben solcher Funktion für die Linksfraktion. Allerdings wird jetzt am Rednerpult sein Simone Barrientos. Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Alles, einfach alles ist eine Frage von Kultur. Und was wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, zeigt einen Niedergang von Kultur, den ich, und ich bin wirklich nicht naiv, aber den hätte selbst ich so nicht für möglich gehalten. Der Kulturhaushalt hätte darauf eine Antwort geben müssen. Er hätte es können, er hätte es müssen. Aber solange Kultur nicht als Startziel manifestiert ist, solange Kultur also nicht als Gemeinschaftsaufgabe zwischen Bund und Ländern begriffen wird, kann er den Anforderungen, die wir uns gerade jetzt stellen müssen, nicht gerecht werden. Das ist schade. Daran müssen wir arbeiten. Die Koalition versprach eine Orientierungsdebatte im Bundestag zur Lage von Kunst und Kultur im Land. Die Bereiche Kultur in den Regionen, kulturelle Bildung und Erinnerungskultur müssten gestärkt werden. Da ist die Rede von einer Agenda für Kultur und Zukunft. Nichts davon wird im Haushalt wirklich finanziell untersetzt. Konzepte, Fehlanzeige. An anderer Stelle im Koalitionsvertrag heißt es zum Programm Kultur in den Regionen unter anderem, die Bundes- und Landesprogramme sollen besser verzahnt werden. Länder und Kommunen müssten ausreichend Mittel erhalten, damit sie ihren Aufgaben bei Kulturpflege und Förderung besser nachkommen können. Gute Idee, Ausführung, mangelhaft. Weiter heißt es, soziokulturelle Zentren sollen gestärkt werden. Dazu hatte die Große Koalition in den letzten vier Jahren wirklich viel Gelegenheit. Die Linke stellt seit vielen Jahren Haushaltsanträge, um die Arbeit gerade der soziokulturellen Zentren finanziell adäquat auszustatten. Leider vergeblich bisher. Ein klares Bekenntnis zu einer substanziellen finanziellen Aufstockung wäre an dieser Stelle wirklich notwendig gewesen. Unsere Änderungsanträge werden Ihnen die Chance geben, das nachzuholen. Immerhin las ich dann die Presseerklärung von Monika Grütters und Horst Seehofer zur Stärkung der Soziokultur im Quartier. Utopolis heißt das Programm. Modellprojekte sollen dort bis 2022 mit jährlich 10 Millionen Euro gefördert werden. Der Schwerpunkt liegt auf benachteiligten Stadt- und Ortsteilen. Ich wünschte ja, es gäbe gar keine benachteiligten Stadt- und Ortsteile, aber gut. Wenn allerdings der derzeitige Innenminister dort mitmischt, bin ich vorsichtig gesagt skeptisch, weil eben alles eine Frage von Kultur ist. Und ein Innenminister, der in den Bierzelten den brandstiftenden Biedermann gibt, der tut das Gegenteil von dem, was soziokulturelle Zentren leisten. Dieser Innenminister verschiebt die Grenzen des Sagbaren. Und das gerade jetzt, wo Neonazis Menschen jagen und wo Rechtsradikale im Parlament sitzen. Das kann doch nicht wahr sein. Dieser Innenminister ist untragbar. Dieser Innenminister ist mit Verlaub ein Rechtspopulist und ein Brandstifter. Er zerstört den Zusammenhalt. Er gefährdet damit die innere Sicherheit. Frau Merkel ist nicht da, aber ich möchte Sie wirklich bitten, diesen Mann nach Hause zu schicken. Und für den Fall, dass er sich dann langweilt mit seiner Modelleisenbahn, habe ich ihm was zum Lesen mitgebracht. LTI von Viktor Klemperer, Lesen bildet. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort die Kollegin Margit Stumpf. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Frau Grütters, Sie sprachen heute nur vom Kulturetat. Dabei gibt es in diesen Aufklärungen, angeheizten Zeiten, viele guten Gründe, und das haben wir ja heute wieder live erlebt, sich einer strukturierten Medienpolitik zu widmen. Was die Staatsministerin im Haushalt für dieses Jahr plant, ist das schlicht ernüchternd. Wie wichtig vielfältige und unabhängige Medien für eine Demokratie sind, betonen ja auch die Koalitionäre gern. Aber warme Worte allein richten wenig aus gegen Diffamierung und Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten, gegen Fake News und Desinformation, gegen eine zunehmende Medienkonzentration. Der Mann mit Hut aus Dresden hat uns vor Kurzem schlagend vor Augen geführt, in welche absurde Situationen Journalistinnen und Journalisten auch in Deutschland geraten können. Wir Grüne fordern, gerade jetzt, gerade hier darf sich der Staat nicht zurückziehen, sondern muss die vierte Gewalt gezielt starten. Im Haushalt 2019 der Beauftragten für Kultur und Medien fehlen dafür jegliche Impulse. Die Lage von Journalistinnen und Journalisten verschlechtert sich zusehends. Besonders die Gewalt von rechts nimmt zu. Deshalb unterstützen wir den Auftrag der Linken, einen Beauftragten der Bundesregierung für den Schutz von Journalisten und Journalistinnen zu benennen. Dies flankiert die Bemühungen um einen entsprechenden Sonderbeauftragten der UN. Außerdem fordern wir, dass Visa an verfolgte Journalistinnen und Journalisten aus dem Ausland im erleichterten Verfahren gewährt werden. Anderes Thema, Zitat, Koalitionsvertrag. Medienkompetenz ist eine elementare Schlüsselkompetenz in unserer digitalen Gesellschaft und grundlegende Voraussetzung für einen selbstbestimmten Umgang mit den Medien und dem Netz für alle Generationen wohlwahr. Mangelhafte Medienkompetenz macht nicht nur einen obersten Verfassungsschützer anfällig für Populismus und damit zu einer Gefahr für die Demokratie, sondern jede und jeden. Deshalb ist es umso bitterer, dass die Regierung hier keinerlei Strategie erkennen lässt. Schlimmer noch, die Regierung kurzt die Mittel zur Stärkung der Medienkompetenz um drei Millionen Euro. Das sind drei Viertel des Ansatzes auf magere eine Million Euro. Das führt den eigenen Anspruch ad absurdum. Wo bleibt der Wille zur Stärkung der Demokratie? Dieser Wille ist auch gefragt bei der Unterstützung des Studiums der Deutschen Welle in der Türkei. Im Haushalt 2018 sind die Investitionen verankert gewesen. Es fällt aber jetzt der Aufwand für den Betrieb gerade da, wo das Engagement als wichtig und dringlich gefeiert wurde. Solche Projekte brauchen Verlässlichkeit. Ein bannes Hoffen auf Bereinigungssitzungen ist in Sachen Demokratieforderung völlig fehl am Platz. Das betrifft übrigens auch die Grundforderung für die Deutsche Welle Akademie. Letzter Punkt. Die Geringschätzung der Kultur- und Kreativwirtschaft der Beauftragten für Kultur und Medien manifestiert sich in der Kürzung der Mittel um 80 Prozent auf gerade noch 300.000 Euro. Eine vollständige Streichung wäre konsequent gewesen und würde den Stellenwert der Kreativen für Schwarz-Rot ehrlicher beschreiben. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir Grüne wissen um die Bedeutung von Kultur und Medien für eine lebendige demokratische Gesellschaft. Der vorgelegte Haushalt würdigt diese Rolle nicht. Das Wort hat die Kollegin Patricia Lips für die CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, entdecken, was uns verbindet. Das war das Motto des diesjährigen Tages des offenen Denkmals am vergangenen Sonntag in unserem Land. Und viele waren unterwegs, viele Menschen, um Burgen, Schlösser, Kirchen, Hofreiten und vieles andere mehr zu besuchen. Ein dichtes, ein wunderbares Netz in unserem Land. Diese Einrichtungen werden gepflegt und mit Initiativen erfüllt von unzähligen Menschen, viele davon im Ehrenamt. Und, Kollege Renner, gestatten Sie mir diesen Ausschlag. Sie sind weit entfernt, einem kulturmarxistischen Zeitgeist zu folgen oder gar von einem Hofstaatsschranzentum. Kunst und Kultur umspannt ein weites Feld und viele Teile gehören dazu. Es sind aber vor allem die Ideen und die Kreativität von Menschen in Initiativen, in Vereinen und Verbänden, die der Gesamtheit einer Kultur, eines Landes oder einer Region zu ihrer Bedeutung verhelfen. Gleichzeitig ist Kultur nie starb, sondern sie entwickelt sich, bringt immer wieder neue Formen hervor, sei es in der Architektur, der Musik, der Malerei, der Literatur. Grundlage hierfür ist die Freiheit der Schaffenden, die sich untrennbar damit verbindet. Aber es braucht natürlich eine finanzielle Grundlage. Und umso mehr freut es mich auch, dass der nun vorgelegte Einzelplan im Bereich Kultur und Medien mit rund 1,8 Milliarden Euro erneut eine stabile Grundlage seitens des Bundes bietet und das Engagement dieser vielen Menschen unterstützt. Man kann es auch anders ausdrücken. 20 Jahre im Bund mit der Kultur. 20 Jahre Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, ein kleines Jubiläum. Ja, Kulturhoheit ist in erster Linie Aufgabe der Länder. Und doch ist der Anteil des Bundes kaum mehr wegzudenken. Er schafft in Kooperation mit den Ländern heute einen echten Mehrwert für unser Land. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Staatsministerin Monika Rütters, auch der Kollege Rabanus, haben viele Einzelprojekte bereits genannt. Und ich möchte sie an dieser Stelle nicht wiederholen. Wenn man vom Bundeshaushalt spricht, dann gehört natürlich die Förderung der Hauptstadtkultur dazu. Und was für Berlin gilt, gilt natürlich auch für andere Städte in unserem Land. Sie alle haben Magnete, die weit in das Umland ausstrahlen. Wahre kulturelle Schätze liegen jedoch nicht selten weit ab der Metropolen und tragen zumeist einen ganz besonderen Charakter, der eben nur dort ein ganz bestimmtes Gebiet von Bedeutung ist, aber genau dort eine hohe Aufmerksamkeit erfährt. Und wenn wir von notwendiger Infrastruktur im ländlichen Raum sprechen, gehört die kulturelle Infrastruktur dringend dazu. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschluss zusammenfassend sagen, was Kunst und Kultur ist, was schön und nur deshalb vermeintlich gut und richtig ist, was schon per se nicht so zwingend ist, definieren nicht einige wenige in diesem Land. Und dafür bin ich dankbar. Schon gar nicht jene, die damit eigentlich nichts am Hut haben, sondern einzig um der Deutungshoheit willen, sich dieses allzumal anmaßen. Deshalb ist es gut, dass auch der Erinnerungskultur ein breiter Raum im Haushalt eingeräumt wird. Vielleicht war diese in der Nachkriegsgeschichte selten so wertvoll wie heute. Kunst und Kultur, wie wir sie heute in unserem Land kennen und wertschätzen, Kolleginnen und Kollegen, ist auch geprägt und in ihrer Freiheit nur möglich durch die Grundfesten einer stabilen Demokratie. Und ich würde mir wünschen, dass wir auf diesem Pfad weitergehen. Vielen Dank. Die letzte Rednerin zu diesem Geschäftsbereich ist die Kollegin Saskia Esken, SPD-Fraktion. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir reden viel über Verunsicherung in diesen Tagen. Und auch der digitale Wandel hat seinen Anteil daran, dass Menschen Zukunftsängste haben, die wir ernst nehmen sollten. Was wird aus meiner Arbeit? Wie verändert sich mein Leben? Wer bestimmt über meine digitale Identität? Was machen diese datengetriebenen Unternehmen? Was macht der Staat mit meinen Daten? Und für die Politik stellt sich deshalb die Frage, was Menschen brauchen, damit sie sich souverän und mit Zuversicht auf den digitalen Wandel einlassen können. Da geht es um Investitionen in Teilhabe und Souveränität, aber auch um Sicherheit und Vertrauen. Der Zugang zu einem schnellen und sicheren Netz entscheidet über Teilhabe. Um diesen Zugang überall gleichermaßen zu ermöglichen, egal ob Stadt oder Land, investieren wir mit den bereitgestellten Haushaltsmitteln, dem eingerichteten Digitalfonds Milliarden in den Ausbau von flächendeckenden und sicheren Gigabit-Netzen. Ohne Breitband ist alles nichts, aber Breitband alleine ist eben nicht alles. Denn zur Souveränität braucht man Kompetenzen, um in der digitalen Welt bestehen zu können. Mit der digitalen Anbindung und Ausstattung der Schulen schaffen wir im Rahmen des Digitalpakts die Basis für eine zeitgemäße Bildung, die vom digitalen Wandel der Bildungspläne und der Lehrerbildung begleitet werden muss durch die Länder. Mit der Qualifizierungsoffensive des Arbeitsministeriums legen wir wiederum den Grundstein für eine nationale Weiterbildungsstrategie, die es den Menschen ermöglicht, sich fit zu machen und fit zu halten und eben zuversichtlich in diese digitale Welt zu gehen. Auch nicht nur die Wirtschaft, auch der Staat soll seine Dienstleistungen digital anbieten, einfach, sicher, mobil. Und er soll seine Arbeit digital organisieren, transparent und effizient. Und deshalb ermöglichen wir mit diesem Haushalt ganz erhebliche Investitionen und Anstrengungen des Bundes und der Länder für eine moderne und effiziente Verwaltung. Tatsächlich wird die Integrität und die Sicherheit digitaler Strukturen, Technologien und Produkte zunehmend zur Grundlage allen öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens. Wir von der SPD-Fraktion sehen die IT-Sicherheit deshalb als staatliche Aufgabe und Verantwortung ein. Dazu kommen starke Bürger- und Verbraucherrechte, auch in der digitalen Welt. Denn ohne starke Schutzrechte, ohne soziale Sicherheit dürfen wir kein Vertrauen der Menschen in die Digitalisierung erwarten. Ohne Vertrauen wird der digitale Wandel tatsächlich scheitern. Das ist meine Grundüberzeugung. Je weiter die Technologie sich entwickelt, je mächtiger sie wird, in je mehr Bereiche unseres Lebens sich vordringt, desto wahrer wird es das. Ich habe in Paris mit Cédric Villani sprechen können, mit dem Architekten der KI-Strategie der Macron-Regierung. Der Mann ist Mathematiker, Filzmedaillenpreisträger, also ein waschechter Nerd. Und natürlich ein bekennender Fan der künstlichen Intelligenz. Aber auch er sagt, wenn wir das Vertrauen der Menschen nicht gewinnen, wenn wir sie nicht mit Souveränität und starken Rechten ausstatten, dann werden sie uns von der Fahne gehen und dann werden wir die Chancen der künstlichen Intelligenz auch nicht nutzen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gelingen des digitalen Wandels ist entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes und damit für die Beschäftigung, aber auch für die gesellschaftliche Entwicklung. Technologischer Fortschritt muss immer auch sozialer Fortschritt sein. Wir investieren mit diesem Haushalt ganz erheblich in dieses Gelingen und wir schaffen mit der politischen Gestaltung von Souveränität und Sicherheit die Grundlage für das Vertrauen der Menschen in diese Entwicklung. Vielen Dank. Saskia Esken war das für die SPD-Fraktion und das war die letzte Rednerin formal in der Generaldebatte. Die Generaldebatte, die ja zum Etat von Bundeskanzleramt und Bundeskanzlerin ist, schließt sich immer diese Diskussion über den Kulturetat an.